Hallo, mein Name ist Jops Fender und ich bin der Direktor des Arturkundemuseums hier in Proxtam. Auch wir machen wieder mit bei Kultur für jeden. Hierzu haben wir kommenden Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet bei freiem Eintritt. Ihr könnt ja alle heimischen Tiere Brandenburgs entdecken, wie zum Beispiel Wiesenfischotter und euch in drei verschiedenen Führungen näher zur Tierwelt Brandenburgs informieren. Wir freuen uns auf euren Besuch. Bis zum nächsten Mal.